Alles klar da hinten? Ja, das Fahrzeug da! Halt drauf! Festhalten! Wo denn? Haha, ihr blöden Brenner! Jetzt seid ihr dran und Mist! Boah, gut. Geflexe, Elena. Aber nein, leider sind wir gestürzt. Das haben die nie überlebt. Los jetzt! Ähm, ja. Wie ist Elena da rausgekommen? Haha, was wir früher hören? Kannst du laut sagen? Ja. Und was jetzt? Wir gehen zu dem alten Kloster. Was sonst? Da ist Schäfer. Verdammt! Was ist los? Lasarevic hat ihn. Schäfer! Nein. Äh... Willst du das schaffen? Nein. Aber sowas von... ... Okay, Chloe. ... ... ... Aber ihr sollten mich nicht verklickern, dass ich den Weg laufen soll. Kapitel 22. Das Kloster. ... 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 Vielen Dank.